Bis sie kurz vor kurz nach Boston weitergehen sollte, nach Frankfurt gekommen. Dort wollte sie eigentlich für einige Tage bei Freunden unterkommen. Wie ich schon sagte, es war die Corona-Zeit, die alles nicht einfacher macht. So wurden es ein paar Tage, ein paar Monate, wo sich an der Stadt die Ursprung...